Liebe Zuschauer von KTV, am Samstag, den 12. März, übertragen wir ab 14 Uhr live für Sie das Requiem für Pfarrer Konrad Sterninger. Vielen von Ihnen war er ein großartiger Seelsorger, seine Vorträge und Exerzitien haben uns alle bereichert. Schalten Sie ein und seien Sie dabei, wenn wir Pfarrer Konrad Sterninger die letzte Ehre erweisen. Samstag, 12. März, 14 Uhr 1. März, 14 Uhr 1. März, 14 Uhr